Auf dem Areal der ehemaligen Lungenheilstätten bei Belitz ist ein 320 Meter langer Baumkronfahrt und Zeitreisefahrt entstanden. Von der Stahl- und Holzkonstruktion in den Baumwipfeln 20 Meter über dem Waldboden können die Besucher die denkmalgeschützten Gebäude und die verwunschene Parkanlage von oben erkunden. Gesamthöhe bis Dachoberkante der Aussichtsplattform sind 40,5 Meter. 2020 wurde die Erweiterung fertiggestellt. Nun sind über 700 Meter Baumkronfahrt fertig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.